Denn, äh, ich bin jetzt einfach Fan, ja? Die Leute kloppen ja, man die Fringe! So, man, Leute, wir wollen jetzt wieder gerne ein neues Visum, darf ich mal sagen. Und diesmal ein, ja, ein eher kritisches Video, würde ich mal sagen. Und zwar, ich habe immer so gedacht, ich mache mal ein Video über die jetzige Motovilox-Szene. Ja, ich finde, es läuft gerade ein bisschen in die falsche Richtung. Denn, äh, ich gucke sehr viele kleine Motoviloger gerne irgendwie. Ich mag das so total, wenn man so den auch so guckt, wie die selber so Videos machen. Und wie ist es bei denen auch dann von den Ideen her, was die auch haben. Da kann man sich ja auch immer wirklich auch selbst motivieren für irgendwelche neuen Videoideen. Und in letzter Zeit, in letzter Zeit sehe ich halt sehr oft, dass, äh, gerade Motoviloger mit, äh, sehr groß werden, die Content geben, der einfach nur pur illegal ist. Also, da geht es rein fürs Ego. Alter, ich sehe gar nichts. Die machen, die sind ja meiner Meinung nach als Vorbild, ja. Die haben schon ihre paar 10.000 Abonnenten. Und... Und die machen dann Videos wie mit, wo sie zeigen, wie geil sie doch sind, wenn sie mit 120 Sachen durch ihr Orscha fahren. Oder wenn sie mit einem Wheelie vor der Polizei rumdödeln. Ganz ehrlich, am Anfang geht einfach als Vorbild, ja. Das gucken Kiddies, die denken, das ist cool, die denken, das hat was. Man würde dann total... Man würde dann total Anerkennung bekommen in seinem Leben. Aber sind wir mal ehrlich, das ist einfach scheiße, ja. Das rückt auch Motorradfahrer einfach dein schlechtes Licht. Weil die Videos, die illegal sind, wo irgendwelche Scheiße gemacht wird, wo sich nicht an Geschwindigkeiten gehalten wird, wo, äh, einfach Scheiß auf die ganzen Menschen geschissen wird, wenn man mit über 100 durch ihr Orscha fährt, ja. Die werden gefeiert. Und genau die Leute, die das gucken, führen auch dazu, dass die dann über Motorradfahrer reden und ein schlechtes Bild auf die Allgemeinheit werfen, ja. Denn die Motorvlogger, die sich an Geschwindigkeiten halten und auch wirklich mal zeigen, dass man nicht wie ein Spasti fahren muss, damit man Spaß hat beim Fahren, genau die bekommen keine Abonnenten, die bekommen keine... Die werden nicht größer, die kriegen, erreichen keine so große Masse wie diese Vollidioten, die einfach dazu führen, dass die Masse in ein schlechtes Licht gerät, ja. Weil sofort nur bei, keine Ahnung, 10 behinderte Menschen fahren wie die Vollspasten, dass deswegen gleich die Masse denkt, oh, alle Motorradfahrer sind so, die sind alle so dumm, die halten sich nicht an Geschwindigkeiten und machen nur illegale Sachen. Weil das denkt dann eine Oma oder so und dann beschwert ihr euch wieder, ah, Scheiße, warum sind wir immer im schlechten Licht, das haben wir doch gar nicht verdient. Aber das sind genau die Dinge, ja, genau die Dinge, die dazu führen. Und vielleicht kann ich ja mal den einen oder anderen, vielleicht denkt ja der ein oder andere genau dasselbe und würde mich auf jeden Fall mehr interessieren, ganz ehrlich. Weil ich bin der Meinung, dass zur Zeit einfach... Das sind zur Zeit einfach... Die Moto-Vlog-Szene nur daraus besteht, wer macht den geilsten Wheelie. Wer schafft es vor der Polizei am illegalsten zu fahren, wer schafft es am schnellsten innerorts zu fahren, damit er die meisten Leute erreichen kann. Die meisten Kleinkinder-Fans, ja. Ich habe das Gefühl, darum geht es eigentlich nur noch. Und das finde ich eigentlich recht schade, weil ich freue mich extrem, ja, ganz ehrlich, dass ich so viele Leute erreichen kann mit Videos, die nicht illegal sind, wo einfach auch ich euch begeistern kann mit Videos, die ganz normale Fahrweise im Alltag zeigen und wo ich nicht irgendwie meine Grenzen austesten muss, um euch zu begeistern oder mir irgendwas Illegales zu machen, wo ich das Risiko eingehe, erwischt zu werden. Sondern ich kann einfach ganz ehrlich mein Kennzeichen euch zeigen. Ich kann ganz ehrlich mit euch reden. Ich kann mein Gesicht zeigen. Ich kann ganz einfach mein Gesicht zeigen. Und ich brauche nicht die Bedenken haben, ah, scheiße, man, ich habe gestern was Illegales hochgeladen. Nein! Sondern ich zeige euch Content, der erlaubt ist. Ihr feiert den. Ich freue mich, ja. Und so muss es auch mal nachlaufen und nicht anders. Nicht, ah, du musst alles scheiße zensieren, weil du fährst wie ein Vollspaß. Du musst dein Gesicht immer zensieren. Du kannst auch mit deinen Abonnenten gar nicht so in Kontakt treten. Du kannst auch mit denen nichts machen, wenn du so eine scheiße, scheiß illegalen Sachen machst. Und es schadet halt einfach dem allgemeinen, allgemeinen Bild eines Moderadfahrers. Bin ich der Meinung, ja? Meine ganz persönliche Meinung. Und ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich vermute mal nicht, jeder denkt so wie ich. Aber so ist das halt einfach, ne? Jeder hat eine eigene Meinung. Das respektiere ich auch. Aber man kann ja mal drüber nachdenken. Also wie gesagt, das war's auch mit dem Video. Ich dachte mal, ich wollte mal mit euch ein bisschen diskutieren. Habe ich echt einen Bock drauf gehabt. Und deswegen würde ich sagen, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und wenn es euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden fall freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.